Lasst uns doch einfach so ein paar wichtige Prozesse verstehen, die wirklich viel ausmachen und gucken, ja, gibt es da schon eine Lösung, die ich für mich einsetzen kann, die mir sofort Mehrwert schafft. Und somit kann ich schon die ersten Wege gehen, die ersten Schritte haben, die erste Learnings für mich ziehen und weiß schon mal, okay, jetzt habe ich die richtige Richtung gegangen und habe aber nicht irgendwie Geld verbrannt, sondern irgendwie Sachen gemacht, wo ich am Anfang gleich Mehrwert bekommen kann. Jetzt ist es ja schon gut über ein Jahr her, dass dieser große Knall-KI-Chat-GPT uns irgendwie alle so ein bisschen wachgerüttelt hat, so, wow, krass, die Zukunft ist da. Wir rennen alle schreienden Kreis, versuchen alle so schnell es geht, die neuesten, heißesten, tollsten KI-Tools kennenzulernen und wehe, wir verpassen was. So war 2023, wir haben jetzt so Richtung Ende 2023, Anfang 2024 alle kollektiv mal Luft gewohlt und dann habe ich gesagt, ja, okay, also KI ist cool, aber wie ist es denn jetzt so tatsächlich? Also nach diesem ersten Super-Hype, wie bringen wir Unternehmen dazu, KI tatsächlich in ihrer DNA zu verankern, die mit aufzunehmen? Genau darüber sprechen wir heute. Wer ist denn jetzt wir? Heute bin es nur ich, der Patrick ist heute nicht dabei. Aber das macht nichts. Ich kann als zwei Personen den Einer auftreten. Ich bin die Sarah, Sarah Jasmin-Hennissen. Und ich sitze hier nicht ganz allein, also ihr bekommt hier von mir keinen Monolog, sondern es bleibt ein Talk, so wie ihr es kennt, mit dem famosen Tristan. Lieber Tristan, wer bist du, was tust du und warum liebst du, was du tust? Ja, hey, hallo Sarah. Ich freue mich erstens total, heute hier zu sein. Genau, ich bin der Tristan Experte für künstliche Intelligenz und nicht erst seit dem es ChatGPT gibt, sondern schon auch ein bisschen länger. Ich habe insgesamt schon verschiedene Stationen gehabt, die mich von der Startup-Welt zu der Zusammenarbeit mit Unternehmen geführt haben und habe deswegen ein relativ breites Spektrum. Ich habe zum einen lange Zeit als AI-Strategist gearbeitet, um dort Unternehmen geholfen, einerseits KI zu verstehen, aber auch Kompetenzen aufzubauen, damit sie KI im Unternehmen einsetzen und skalieren können. Ich bin dann später nach Heilbronn gegangen, habe dort einen der größten Startup-Inkubatoren für künstliche Intelligenz aufgebaut und bin jetzt immer noch relativ aktiv, vor allem im akademischen Bereich, habe mehrere Kurse, einige davon an der TUM und ich würde mal sagen, so mein Flagship-Kurs ist AI for Innovation and Entrepreneurship mit über 1000 Studenten an der TUM, wo ich wirklich versuche, gar nicht darauf einzugehen, wie baue ich künstliche Intelligenz, sondern was muss ich wissen, was muss ich beachten, was sind die Frameworks, die Konzepte, die Theorien dahinter, wenn ich KI im Unternehmen einsetzen möchte und wenn ich vielleicht neue Innovationen im Bereich künstliche Intelligenz schaffen möchte. Und das ist etwas, was mir unglaublich viel Spaß macht, meine Leidenschaft für künstliche Intelligenz weiterzugeben. Ich habe damals vor längerer Zeit für mich praktisch erkannt, dass KI vor allem ein Management-Thema sein wird, gar nicht so sehr ein technisches, das wirklich alle Bereiche betreffen wird und habe mich damals dann auch entschieden, Academia zu verlassen und Erfahrungen in der echten Welt zu sammeln. Und ja, das bin ich, ich mache das unglaublich gerne, bin auch viel unterwegs. Meine Superpower ist so ein bisschen auch das Didaktische, das Unterrichten, vermeintlich schwierige oder komplexe Konzepte einfach darzustellen und vielleicht auch so ein bisschen unterhalten darzustellen und versuchen, möglichst viele Leute mitzunehmen und das sehe ich auch so als meine Rolle. Und wie gesagt, mache das unglaublich gerne und deswegen freue ich mich natürlich, heute auch hier zu sein, so ein Jahr nach ChatGPT oder mittlerweile ist es schon ein bisschen länger als eineinhalb Jahre und dann so ein bisschen zu reflektieren, was man vielleicht beachten muss und worum es geht. Ja, vielen, vielen Dank für dieses Intro, wo du uns einmal so ein bisschen abgeholt hast. Nicht nur deine Reise mit KI, sondern die Reise, die sind wir ja, viele von uns sind ja diese Reise ein Stück weit mit dir gegangen. Und was ich jetzt wichtig finde, ist, wir sind ja in dieser Marketing-Bubble. Wir zwei und auch viele, die uns hier zuhören, sind mit uns in dieser Marketing-Bubble. Und wir kennen die wichtigsten Tools oder die meisten von uns. Wir waren alle schon mal in ChatGPT. Ich hoffe, viele davon haben ein ChatGPT-Plus-Abo und, und, und. Aber wir arbeiten ja in der Regel, es sei denn, wir sind Marketing-Agenturen, arbeiten die meisten da draußen in Unternehmen, wo eben nicht jeder in dieser Marketing-Bubble ist. Was hast denn du so für eine Erfahrung gemacht im letzten Jahr? Wie gehen Unternehmen damit um und welche Empfehlungen würdest du so weitergeben? Wie machen es Unternehmen, wo eben nicht die Mehrheit so total digital-affin, marketing-affin ist und immer auf der Suche nach dem neuesten heißen Preis, sondern, wo man sagt, da sind vielleicht auch so ein bisschen der konservative Mittelstand. Aber da sitzen trotzdem kluge Leute, die sagen, Kai, Ingewee ist ein Ding, da müssen wir mit anfangen. Wie siehst du so die Strategien für Unternehmen jetzt ein Jahr nach dem Big Bang? Ja, also ich finde es erstens sehr interessant zu verstehen und auch zu sehen, was so passiert ist. Also was das letzte Jahr mit Sicherheit geschafft hat, ist, dass es künstliche Intelligenz ganz oben auf die Agenda von verschiedenen Unternehmen gebracht hat. Und was wir sehen, es gab ja schon auch Unternehmen, also KI ist ja kein neues Thema, sondern ursprünglich sprechen wir seit 1956 über künstliche Intelligenz. Das war das erste Mal, als der Begriff gekommen ist. Aber das war ja noch damals ein sehr krasses, sehr starkes Forschungsthema. Und ich würde mal sagen, dass sich die Wirtschaft intensiv mit dem Thema KI beschäftigt, ist eher so ein Thema der letzten zehn, wahrscheinlich eher fünf Jahre. Und damals war KI eher was für die großen Unternehmen, also so ein BMW, ein Siemens, die wirklich ein eigenes Team sich leisten konnten aufzubauen an Experten, die sich damit auseinandersetzen konnten. Und ich sehe das so ein bisschen ähnlich, so Parallelen zu den 60er, 70er Jahren, als die ersten Computer, die damals eingesetzt worden sind. Und wenn man einen Computer einsetzen wollte, dann brauchte man ein eigenes Team und man musste sich einen eigenen Computer bauen im Unternehmen. Und was jetzt irgendwie mit ChatGPT passiert ist, ist es einerseits einfacher geworden, KI einzusetzen im Unternehmen und ist natürlich auch diese Aufmerksamkeit viel, viel, viel größer geworden für viele Unternehmen. Allerdings gibt es, und das ist die große Mehrheit der Unternehmen, diese Mittelständler, von denen du gesprochen hast, für die lohnt es sich nicht, ein Team einzustellen, das ist viel zu teuer. Und ich fand das sehr spannend, ich war jetzt auch auf verschiedenen Events und auf einem Event war ich in einem großen Treffen mit CIOs. Und da habe ich auch einfach mal in die Gruppe gefragt und habe gemeint so, hey, wer von euch setzt denn jetzt schon irgendwelche neuen Gen-AI-KI-Tools ein? Und ich würde mal sagen, so 90 Prozent der Leute haben sich gemeldet und dann habe ich gefragt, naja, und wer von euch hat denn wirklich einen großen Mehrwert von diesen Tools, die sie gezielt eingesetzt haben? Und da haben sich dann vielleicht irgendwie nur noch 10 Prozent gemeldet. Und ich finde, letztes Jahr, du hast es vorher auch schon mal gesagt, so ein bisschen dieses FOMO, für viele war das so ein bisschen dieses Abtasten, was kann man damit machen, Erfahrungen zu sammeln. Und es gab Firmen, die sich leisten konnten, die da extrem viel investiert haben, so wie BMW oder Otto oder Bosch, die ihr eigenes Chat-GPT-System aufgebaut haben und da viele Ressourcen mit einwenden müssen. Und ich glaube, was wir jetzt sehen in den nächsten Jahren und vor allem in diesem Jahr, dass sich da auch extrem viel tut und dass die Entwicklung immer einfacher wird und man nicht mehr seine eigenen Experten hat, sondern relativ einfach mit den Mitteln, die es gibt, für sich diese Software entweder anwenden und leicht anpassen kann oder gleichzeitig sehen wir auch, dass es unglaublich viele Tools gibt auf dem Markt, die man so nutzen kann. Man muss nur wissen, wie man sie einsetzt. Und zum Beispiel als Beispiel, ich meine, meine Eltern sind Zahnärzte oder mein Friseur, die benutzen mittlerweile alle einen Computer, um ihr Business praktisch zu leiten und effizienter zu gestalten und haben aber überhaupt keine Ahnung, wie man einen eigenen Computer zusammenbaut oder müssen das nicht machen, weil es einfach Software gibt, die man so nutzen kann. Und das Gleiche wird praktisch für uns und für Unternehmen sehen wir immer mehr, dass man sich jetzt nicht irgendwie selbst eine KI-Lösung zusammenbauen muss, sondern wirklich was nehmen kann, was es so schon im Markt gibt. Und die Herausforderung ist eher zu verstehen, was es gibt und wie ich es in meine Unternehmensprozesse einbauen kann. Und ich glaube, das wird jetzt einfach sehr stark in diesem Jahr passieren, dass wir im ersten Jahr viel darüber gesprochen haben. Gerade der Mittelstand hat, glaube ich, so ein bisschen abgebadet und gesehen, was passiert, wo lohnt es sich rein zu investieren und wo nicht. Und ich glaube, man kann schon sehr viel mit wenig Investitionen machen. Und ich glaube, wir werden das jetzt vor allem dieses Jahr und in den nächsten Jahren sehen. Tristan, du hast gerade gesagt, so relativ einfache Programme. Du hast es verglichen mit deinem Eltern, Zahnarzt, Computer. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Vergleich, sodass ich nicht mehr Experte im Erstellen werden muss oder im Verstehen, wie ein Computer genau wie eine KI funktioniert. Ich muss einfach wissen, was es kann. Ich muss wissen, was kann ich meinem Computer zutrauen, wie viel Vertrauen kann ich reinsetzen. Und ich glaube, das ist so ein wichtiges Element, was zumindest ich im letzten Jahr gelernt habe, damit umzugehen, welche Erwartungshaltung habe ich denn an, in meinem Fall jetzt zum Beispiel ChatGPT. Worauf kann ich vertrauen? Was kommt raus? Wo muss ich ein bisschen vorsichtig sein, vor allem mit der Eingabe von Daten? Und worauf kann ich gut vertrauen, was auch immer rauskommt oft aus der KI? Du hast es gerade gesagt, es gibt schon gute Programme, auch wie man sozusagen als Unternehmen einsteigt, wenn wir jetzt nicht digitale DNA haben im Unternehmen. Die sagen, die haben ein eigenes Entwicklerteam, die das alles machen. Wenn jetzt so ein Unternehmen zu dir kommt und sagt, hey Tristan, wir sind Mittelstand, meine Marketingleute sind schon total on fire, alles, was KI betrifft, aber ich sehe Potenzial, auch in anderen Abteilungen. Wie gehst du mit denen vor? Also was empfiehlst du Unternehmen, die sagen, wir haben das ganze Thema KI noch nicht flächendeckend geprüft, ob wir es dort ausrollen können? Wie empfiehlst du so ein Vorgehen? Was hast du vielleicht so für Tipps? Also ich finde, erstens ist es sehr wichtig, das gemeinsam zu machen. Ich kenne es von mir, ich habe ja auch ein Startup und ein Unternehmen und ich habe oftmals den Fehler gemacht, dass, wenn ich nicht unbedingt Expertin was war, wollte ich immer am Anfang zu einer Agentur gehen. Und das Problem ist, wenn du sehr früh mit einem externen zusammenarbeitest, brauchst du nie internes Wissen auf und weißt nie, ob das, was du machst, das Richtige ist oder nicht. Deswegen würde ich nie, wenn ich jetzt anfangen würde, mir überlegen müsste, hey, als Unternehmen, wie gehe ich daran, jemanden extern beauftragen, der das für mich macht, sondern ich würde immer gucken, dass ich eher sowas habe, wie einen Sparing-Partner und einen Coach, damit ich erstmal in-house so ein bisschen eine Ahnung habe, worum es geht, damit ich dann auch viel gezielter, als man die ersten Schritte machen kann, meine Learnings machen kann und dann viel gezielter sagen kann, okay, hey, jetzt habe ich so ungefähr verstanden, damit, damit, damit und damit möchte ich zusammenarbeiten. Das heißt, was mache ich, wenn ich mit Unternehmen zusammenarbeite? Ich gehe meistens rein und mache so ein bisschen, versuche die abzuholen, so ein bisschen zu erklären, nicht nur, was KI ist, sondern wie kann KI den Mehrwert in einem Unternehmen steigern? Und ich finde, es passt immer sehr schön, wenn man sich so zwei Seiten einschaut. Also auf der einen Seite, wenn ich ein Unternehmen habe, und wenn ich überlege, wo setze ich KI ein, schaue ich mir die Prozesse an. Also was sind meine Core-Prozesse und was sind vielleicht meine Supporting-Prozesse, wo ich KI einsetzen kann und was ich meistens sehe, in den Prozessen, wo ich KI einsetze, kann ich meistens mit Hilfe von KI entweder schaffen, Sachen effizienter zu gestalten, Fehler zu reduzieren und einfach Ressourcen optimaler nutzen. Und am Ende des Tages heißt das für mich, okay, hey, was kann ich damit machen? Ich kann hauptsächlich Kosten drücken. Und dann habe ich natürlich noch die andere Seite und überlege mir, okay, hey, was sind denn zum Beispiel die Offerings, die ich habe? Also habe ich vielleicht Produkte, habe ich Services und kann man in solche Produkte oder Services das KI integrieren, um es dadurch vielleicht zu schaffen, neue Kunden anzusprechen oder ein neues Feature auszubringen, wo ich dadurch irgendwie mehr Geld verdienen kann. Aber dieses Wissen für die Prozesse und die Produkte, das habe ich ja nicht. Das Wurst von den Leuten kommt, deswegen möchte ich auch immer mit denen zusammenarbeiten. Und was ich sehr interessant finde, was ich glaube, sehr wichtig ist für diesen Einsatz von KI und wie ich darüber nachdenke, ist, wenn wir uns die Prozesse in einem Unternehmen anschauen, dann haben wir immer Prozesse, die sind sehr spezialisiert für ein Unternehmen. Das heißt, die gibt es nur in dem Unternehmen und in keinem anderen Unternehmen werde ich die finden. Das heißt, wenn ich KI einsetzen möchte in diesen Prozessen, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich extrem gering, dass es eine Lösung auf dem Markt gibt und dann bräuchte ich jemanden, der mir hilft, da gezielt was aufzubauen, weil kein anderer hat das ja. Das heißt, irgendjemand muss das für mich bauen oder ich muss es selbst für jemanden bauen und ich muss verstehen, sind diese Prozesse wichtig genug in der ganzen Wertschöpfungskette, dass es sich auch wirklich lohnt, dort einzusetzen. Aber, was ich in jedem Unternehmen habe, es sind sehr viele sogenannte Supporting-Prozesse, die sehr gleich sind. Ich kann zum Beispiel, und dazu gehört zum Beispiel Marketing, dazu gehört zum Beispiel Sales. Das heißt, ich kann eine Person nehmen, die in meiner Firma ist und Marketing macht und kann die zum Beispiel in eine andere Firma einsetzen und weiß, die Prozesse schauen sehr ähnlich aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass in diesen Supporting-Funktionen oder Prozessen es bereits Lösungen gibt, die im Markt, die ich aus dem Markt nähen kann und adoptieren kann, ist viel größer. Und zwar warum? Weil die natürlich, jeder hat diese Herausforderung. Das heißt, für Startups ist es sehr interessant, dort reinzugehen und was zu bauen, weil sie dort einen großen Markt ansprechen und ich kann davon natürlich profitieren, muss das nur wissen und kann halt solche Sachen nutzen. Und das heißt, bevor ich dann jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte KI machen und mir dann irgendwie Projekte aufschrotzen lasse, wo ich dann erstmal sehr tief in die Tasche greifen muss und nicht mehr weiß, ob es jetzt wirklich einen Mehrwert bringt für mich, sage ich immer, okay, lasst uns doch einfach so ein paar wichtige Prozesse verstehen, die wirklich viel ausmachen und gucken, ja, gibt es da schon eine Lösung, die ich für mich einsetzen kann, die mir sofort Mehrwert schafft. Und somit kann ich schon die ersten Wege gehen, die ersten Schritte haben, die erste Learnings für mich ziehen und weiß schon mal, okay, jetzt habe ich die richtige Richtung gegangen und habe aber nicht irgendwie Geld verbrannt, sondern irgendwie Sachen gemacht, wo ich am Anfang gleich Mehrwert bekommen kann und habe somit auch die ersten Erfahrungen und kann mich dann nochmal umorientieren und sagen, okay, jetzt möchte ich gezielt irgendwie größere Projekte machen oder selbst was bauen. Und ich finde, das ist, glaube ich, gerade für die Mitgliedstaaten ein sehr sinnvoller Weg mit relativ geringen Kosten und relativ geringem Risiko, diese, ja, diesen Weg der KI zu beschreiten und diese Transformation, weil es am Ende des Tages ist es vor allem ein Transformationsprojekt, mit KI zu starten. Und so versuche ich natürlich auch reinzugehen und dieses Denken zu schaffen für KI. Ich finde, das ist ein wahnsinnig smartes Vorgehen, auch wenn wir jetzt aus der Situation sprechen, dass ja nicht alle Unternehmen auf C-Level so eine große Aufgeschlossenheit verspüren, sondern vielleicht noch so eine gewisse Angst, auch eine Investitionsangst, zu sagen, wir investieren da jetzt x-hunderttausend Euro, die vielleicht im Nirvana versickern und wir sagen, wer weiß, ob das jemals sich rentiert. Finde ich ein wahnsinnig smartes Vorgehen, auch in der Argumentation, der Patrick liebt immer die Jo-Fix-Argumente, zu sagen, hey, wir nehmen vielleicht erst mal so einen kleinen Teil, eine kleine Abteilung in dem Sinne. Ich denke, Marketing sind wir alle schon, haben wir eine grobe Ahnung, was es da so gibt. Was ich mir jetzt vorstellen kann, ist sowas wie Buchhaltung oder sowas oder Kundenverwaltung, Support und sowas. Hast du so ein paar Tools, die du in letzter Zeit bei Unternehmen sehr häufig gesehen hast, wo du gesagt hast, hey, das ist echt eine smarte Lösung, die vielleicht noch nicht jeder so kennt. Du hast ja auch deinen Startup-Inkubator. Hast du vielleicht so ein paar Tipps für die Leute da draußen, die sagen, wo soll ich mich noch so umschauen? Wie komme ich an smarte KI-Lösungen für die häufigsten Prozesse, die in Unternehmen so vorhanden sind? Ja, also erstens finde ich so ein bisschen auch dieses Thema KI ist so ein bisschen, jetzt nicht unbedingt overhyped, aber ich finde die Rolle, die KI da drin spielt, ist oftmals so ein bisschen überschätzt, weil am Ende ist das KI immer nur ein kleiner Teil und es kommt auf diese gesamte Lösung an und auf das ganze Produkt und wie es auch sich ins Unternehmen integriert. Und dann spielt KI meistens nur eine minimale Rolle, dass sie irgendwie da helfen, eine Entscheidung zu treffen, wo dann nur so ein kleiner Enabler ist. Aber am Ende des Tages kommt es von einem Produkt auf diese ganze User Experience an, die ich habe. Und klar, es gibt irgendwie so CRMs, die mittlerweile anbieten und sowas wie zum Beispiel Salesforce, die sagt, okay, wir haben KI-Integration und das ist natürlich jetzt viel mit ChatGPT passiert. Das ist genau der Punkt, den ich ja gesagt habe. Unternehmen müsste sich überlegen, wie kann ich es auch in meine Produkte einsetzen? Und wir sehen es jetzt immer mehr, dass es auch in verschiedenen Produkten eingesetzt ist. Jetzt aber wieder auch so ein bisschen zurückzukommen. Es gibt sehr viele Tools auf dem Markt. Zum Beispiel, ich habe jetzt mehr und mehr, also ein großer Schnittpunkt für viele ist ja auch so ein bisschen der Sales. Und zu verstehen, weil die meisten Unternehmen oder die meisten Sales-Leute schaffen es nicht, ihre Targets zu treffen, also ihre Sales-Targets zu treffen. Und man fragt sich, okay, was machen zum Beispiel die Leute, die Sales-Leute, die besonders gut sind und die Leute, die nicht so besonders gut sind. Und dann gibt es zum Beispiel Software wie Gong.io, was die macht ist, sie geht mit in die Sales-Calls rein und analysiert praktisch die Sales-Calls und stellt praktisch fest, die Leute, die wirklich gut sind, was machen die anders? Sind die, sprechen die sehr viel über das Produkt oder sprechen sie eher weniger über das Produkt? Wann sprechen sie über den Preis? Und wenn man ganz viel Daten hat, kann man daraus irgendwelche Analysen setzen und merken, okay, hey, versuch, dass du den Kunden mehr sprechen lässt. Und dann kriegt jeder von den Sales-Leuten, kriegt dann praktisch die Information live während dem Call und dann steht dann das Beispiel drin, hey, du sprichst zu schnell oder du sprichst zu langsam. Versuch, den Kunden mehr sprechen zu lassen. Frag diese Frage. Und dann so, jetzt solltest du mal anfangen, über den Preis zu sprechen. Und das hilft immens. Und aber auch in diesem Tool ist ein sehr spannendes Learning und zeigt eigentlich, wie wichtig auch dieses Thema Transformation ist. Weil ich kenne Unternehmen, die haben dieses Tool eingesetzt und haben ohne irgendwie groß ihre Sales-Force zu schulen. Und da war dann eher so die Angst da gewesen, oha, jetzt habe ich KI, die genau nachliest, was ich sage und das wird dann von meinem Chef genutzt, um zu gucken, ob ich gut bin oder nicht gut bin. Obwohl sie das gar nicht macht. Und deswegen ist es so entscheidend, dass da auch immer sehr wichtig dieser menschliche und dieser Transformationsaspekt bedacht wird, was ist wichtig, um so ein Werkzeug in ein Unternehmen zu integrieren. Und das war auch das Learning, was ich hatte, warum ich gemerkt habe, hey, KI ist nicht unbedingt ein technisches Thema, sondern vor allem ein strategisches Management-Thema. Weil die Sachen, worum es ankommt, sind eher strategischer Natur. Also, wie kann ich so ein System so integrieren, dass die Leute wissen, wie man damit umgeht und auch das Verständnis haben, dass es nicht dafür da ist, sie zu ersetzen, sondern sie zu unterstützen und sie effektiver zu machen. Und das ist ganz entscheidend. Und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, hey, mit dem Kurs, den ich habe, schließe ich eine Lücke, weil wir bringen den Leuten immer nur bei, wie man Motoren baut. Wie man Motoren für Autos baut. Wir erwarten aber, dass sie in der Lage sind, Mobilitätskonzepte zu entwickeln. Wir erwarten, dass sie in der Lage sind, Auto zu fahren. Wir erwarten, dass sie in der Lage sind, eine Automobilbranche aufzubauen und da neue Businessmodelle zu finden. Das sind aber ganz andere Skills, als ich brauche, wenn ich KI bauen möchte. Und das finde ich auch so spannend. Und ich glaube, deswegen ist es auch, wir sehen auch immer mehr, dass teilweise andere Rollen gebraucht werden. Dass man sehr viel reinkommen muss in einem Unternehmen und man auch Schulungen machen muss. Und ich benutze auch immer gerne das Beispiel von Computern. Man muss sich das doch vorstellen. Stell dir vor, du bist in ein Unternehmen reingekommen und auf einmal ist ein Computer da. Und dann steht ein Computer da und ich hatte als Arbeitgeber, sorry, als Arbeitnehmer hatte ich noch nie davor Touchpoints mit dem Computer. Woher soll ich wissen, wie ich das benutze? Und muss ich mir das jetzt selbst beibringen? Oder sage ich als Unternehmen, hey, ich bring dir bei, wie man den Computer nutzt. Und das ist einerseits, also sollte ich dir ganzen Leuten beibringen, wie man den Computer nutzt, wie ich es beibringe zum Beispiel, wie benutze ich ChatGPT und mache da Trainings. Und dann aber in einem anderen Level muss ich mir überlegen, okay, hey, welche Software ist für den Computer das Richtige? Und gibt es jetzt fertige Lösungen, wie vielleicht Excel? Und dann schule ich meine Leute dann auch auf Excel? Oder muss ich mir selbst in-house was ganz erzielt für mich selbst bauen? Was sonst keiner auf dem Markt hat? Muss ich die Leute aber auch drauf schulen? Und da brauche ich halt eher die Experten. Und ich finde, alle denken immer, das ist so neu, aber irgendwie wiederholt sich das und man findet manchmal wieder relativ viele Ähnlichkeiten mit der Adaption von anderen Technologien. Deswegen sage ich immer, das KI, natürlich hat es ein paar Eigenheiten, aber es ist oftmals so ein bisschen überschätzt im Großen und Ganzen. Und es gibt viele Lehren, die man ziehen kann. Ich glaube, also aus meiner Perspektive, was der Grund ist, wieso man jetzt im ersten Schritt davon ausgegangen ist, vielleicht auch vielen Unternehmen, dass unsere Mitarbeitenden das schon hinbekommen ist, weil es halt so einfach wirkt. Ich meine, Minimalismus pur, wenn wir jetzt ChatGPT anschauen, wenn wir in andere KI-Tools gehen, da ist es dann schon ein bisschen komplexer, da gibt es mehr Buttons und da kann ich mehr einstellen und versteckte Funktionen. Bei ChatGPT, vor allem als es losging, war halt da, ja, ein Eingabefeld, Ende. Und entsprechend hat es auf den ersten Blick halt auch so ausgesehen, so ja natürlich, man schreibt halt da was rein. Aber ich merke das immer noch auch in meinen Seminaren. Ich habe jetzt Content Marketing und Online Texten Seminar bei der 121 Watt. Das heißt eben nicht die KI-Nerds, die da drin sitzen, sondern Menschen, die im Marketing arbeiten, aber eben nicht im Schwerpunkt KI haben. Und da sind immer noch tatsächlich Vorbehalte da, da sind, ist so eine Grundeinstellung von, ich habe es ausprobiert, das funktioniert für mich nicht. Wo ich dann oft sage, das pauschal würde ich das so nicht unterschreiben, sondern das hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie gebe ich es ein. Und das ist was, was ich im Seminar sehr viel mache, so zu schauen, was gibt man ein, was kommt raus, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Und da glaube ich, ist das so einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Man würde nicht erwarten, dass man jemanden vor die neueste Maschine setzt, die einfach so ein bisschen anders funktioniert als so die Maschinen zuvor, ohne dass man dem mal so ein Handbuch in die Hand gibt und sagt, der Knopf macht das, der Knopf macht das, tu das nicht und tu das schon. Und das finde ich einen sehr, 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 sehr wichtigen Gedanken, zu sagen, dass wir die Leute auch nicht alleine Last nehmen im Unternehmen. Ich finde, wenn wir uns jetzt das ganze Thema Copilot anschauen, also Microsoft und das ist jetzt in Excel und das ist in Outlook und das ist überall mit drin. Das heißt, die Leute, die wärmen sich schon langsam an und haben viele Berührungspunkte und diese Einstiegshürde ist auch deutlich nochmal niedriger, weil es halt einfach irgendwie da ist und dir wird es angeboten und mal kannst du es halt mal drücken, diesen Klick und fass mir doch die E-Mail zusammen. Und vielleicht tastet man sich so ran, aber dann ist natürlich das Vorgehen im Unternehmen dem Zufall überlassen und auch die Geschwindigkeit ist dem Zufall überlassen und dem Querschnitt des Mitarbeitenden, also wie motiviert sind die oder sagen die, nein, ich habe das schon immer so gemacht und ich will den Button jetzt nicht drücken und ich will es nicht ausprobieren. Ich finde das sehr, sehr, sehr smart, den Gedanken, das auf zwei Ebenen einzuführen und das führt mich zu dem Tool, das du gesagt hast, das die Sales Calls begleitet. Wie geht man da mit solchen Tools um? Weil, wenn wir jetzt sagen, wir haben eine deutsche Entwicklung zum Beispiel, dann wissen wir, okay, jemand, der ein Tool auf den deutschen Markt bringt oder in Deutschland auf den Markt bringt, aus Deutschland, der hat das Thema Datenschutz und die Datenschutzzensibilität, die wir jetzt vor allem im deutschen Raum haben, die hat der auf dem Schirm. Jetzt haben wir ein US-Tool vielleicht, das vielleicht das nicht so ganz auf dem Schirm hat, der vielleicht in der Entwicklung gesagt hat, erst mal US first und dann mit dem ganzen Datenschutzwahnsinn in Europa beschäftigen wir uns später, aber wir können natürlich von hier aus darauf zugreifen. Also wie, gibt es irgendwelche Kriterien, sozusagen in Anführungszeichen Qualitäts- oder Prüfkriterien, wie Unternehmen wissen können, kann ich das Tool jetzt einsetzen oder ist das sowas von überhaupt nicht datenschutzkonform mit unseren europäischen Vorgaben? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit für Unternehmen sozusagen den Safe Space zu finden? Wo kann ich getrost ausprobieren und wo bringe ich mich, wenn der einer der Mitarbeitenden ein Problem hat mit der Begleitung seines Sales Calls, wo bringe ich mich da in Teufels Küche, wenn der sagt, okay, ich wollte da eh schon lange kündigen und jetzt schiebe ich noch eine Klage nach. Das ist so eine Angst, die ich immer wieder mal durchhöre. Ja, also ich glaube, ich meine, das ist ja auch die Rolle von DSGVO und sowas wie, was jetzt auch kommen wird von dem AI Act. Und ich habe ja auch viele Startups begleitet. Es geht ja darum, den Leuten, den Unternehmen, die Lösungen haben, auch Sicherheit zu geben. Es gibt ja einen Grund, warum wir Datenschutz haben. Es gibt ja einen Grund, warum wir sowas haben wie AI Act. Alle Leute sehen das immer negativ. Was nicht immer perfekt ist, ist die Umsetzung. Aber wir wollen vermeiden, dass wir mit diesen Tools und mit dem Einsatz von Tools Leuten Schaden anfügen. Also wir wollen ja sowas vermeiden, wie damals mit Cambridge Analytica, wo ziemlich viele Daten gelegt worden sind. Aber das ist eigentlich die Aufgabe der Startups zu zeigen, dass sie datenschutzkonform sind und datenschutzkonform arbeiten. Sonst dürften sie ja nicht im deutschen oder im europäischen Markt agieren. Und klar, ich muss halt, worauf ich eher Acht geben würde und legen würde, ist, wenn ich mit einem Startup zusammenarbeite. Wenn die ein Produkt haben, dann, damit sie ein Produkt haben, das ich so kaufen kann, dann müssen sie eigentlich schon gezeigt haben, dass sie sowas, der AI Act ist jetzt noch nicht durch, aber dass sie in Compliance sind mit einem AI Act, in Compliance mit einem DSGVO. Worauf ich immer achten würde, wenn es darum geht, mit einem neuen Startup oder mit einem neuen Tool zusammenzuarbeiten, zu verstehen, ja, wie gut sind zum Beispiel die Onboarding-Systeme? Wie gut sind sie im Bereich der Schulung? Und man kann dann natürlich sehr oft solche Sachen ansprechen. Wie heißt es? Wie geht ihr um mit DSGVO? Warum seid ihr DSGVO? Die Leute oder die Startups müssen oder die Unternehmen müssen diese Unterlagen haben und müssen sie eigentlich zeigen können, damit man selbst natürlich auch sicher ist. Gleichzeitig, das war ja bei ChatGPT so ein bisschen anders, wenn man sich das anschaut, als es gekommen ist, war es ja immer eine Beta-Version, die nur zu Forschungszwecken genutzt worden darf, die von den Leuten natürlich sehr aktiv genutzt worden ist, weil man gemerkt hat, das ist ein sehr mächtiges Tool. Und da macht es Sinn, sozusagen so eine Guideline auszuarbeiten. Und viele haben das gemacht, eine Guideline, was kann ich da, wie kann ich das nutzen, wie darf ich das nutzen? Die Leute so ein bisschen zu sensibilisieren. Deswegen machen solche Schulungen auch durchaus Sinn und es macht auch durchaus Sinn, mit externen Leuten manchmal zu arbeiten, die einem in dem Bereich helfen können, wie es zum Beispiel schauen solche Richtlinien aus, welche Daten darf ich dort einfüttern. Und das ist natürlich dann die Aufgabe des Managements, die solche Systeme holen und dann im Unternehmen einsetzen, die Mitarbeiter dementsprechend zu schulen und nicht zu sagen, hey, wir haben ein neues Tool und wir erwarten jetzt, dass ihr das alle nutzt, sondern sie darauf vorzubereiten. Und am Ende des Tages wieder ein Management-Thema und kein technisches Thema. Ja, wir haben jetzt eigentlich verschiedene Ebenen aufgemacht. Wir haben einmal so die Bedarfsebene aufgemacht, die man sich anschauen muss. Also wo haben wir Bedarf, wo haben wir repetitive Prozesse, die Prozesse, Prozessen in anderen Unternehmen sehr ähnlich sind. Weil, logische Schlussfolgerung, wie du sie uns ja dargelegt hast, zu sagen, ein Startup, das eine KI entwickelt, sucht sich natürlich im besten Fall einen breiten Markt. Das heißt, wenn ich einen Prozess habe, das ist vielleicht Schritt eins, so scanne ich mal, welche Prozesse habe ich denn, die Prozessen in anderen Unternehmen sehr ähnlich sind, da könnte es eine KI geben. Aufzuschreiben, wie sinnvoll ist das für mich? Also sind das große Anteile bei mir in meinem Unternehmensprozess oder vertue ich mich in Kleinteiligen? Das war so das eine, so das Internet, das Organisatorische anschauen. Das Nächste ist dann das ganze Technische beziehungsweise das Toolseitige. Also welche Tools sind es? Da kommt jetzt das ganze Thema Datenschutz, würde ich da mit reinpacken, sozusagen wie so ein Anforderungskatalog. Was brauchen wir? Was muss die können? Gibt es das, was es kann? Und inwiefern können wir damit arbeiten aufgrund von vorhandenen Datenschutzerklärungen, die erklären DSGVO-konform? Und die dritte Ebene, finde ich auch sehr, sehr spannend, zu sagen, auch immer das ganze menschliche Thema mit beachten, weil wir alle haben es bestimmt, wenn nicht erlebt, gehört, im Unternehmen, dass was eingeführt wurde. Und wenn es nur eine New-Desk-Policy ist und die Mitarbeitenden werden nicht abgeholt, dann tun sich die natürlich auch schwer mit dem Eingewöhnen und natürlich auch noch in so einem Thema mit KI, wo die Leute gar nicht so recht wissen, wo geht das hin? Wie du schon sagst, hört die KI jetzt mit? Fällt jetzt immer der Schlechteste raus? Kriegt der Schlechteste jetzt immer so automatisiert an die Kündigung von der KI, so überspitzt gesagt? Das finde ich sehr, sehr schön, so ein Ebenen-Modell aufmachen. Tristan, zum Abschluss hätte ich noch eine Frage. Und zwar, du bist ja KI-technisch doch eher jemand, der vorne dabei ist mit den ganzen Kontakten zu den Startups. Wenn ich jetzt bei dir in die Favoritenleiste schaue oder in den Browserverlauf, wo bist du am häufigsten unterwegs? Was sind so die Tools, die du nutzt und sagst, das ist das, was ich tagtäglich oft brauche, das sind meine Favorites? Also ich glaube, nach wie vor ist sicherlich, was ich ganz, ganz viel nutze, ist Google News und da so ein Alert für KI, um zu sehen, was überhaupt passiert auf einer hohen Ebene im Markt. Nach wie vor ist, glaube ich, bei mir das Tool, das ich am meisten nutze, immer noch ChatGPT. Und ich finde es ja auch sehr spannend, es kam ja Ende letzten Jahres, das kam ja ungefähr raus auch von den Leuten von ChatGPT, wie sie sagen, wie würden sie ChatGPT nutzen und wie würden sie Prompt nutzen. Und ich finde, ein sehr, sehr interessanter, wichtiger Insight ist, dass sie sagen, hey, ChatGPT ist in vielen Bereichen gut, aber es gibt sehr viele spezialisierte Tools, die viel besser performen als ChatGPT und in dem Fall sollte man darauf ausweichen und das dann wieder nutzen, um zum Beispiel seine eigenen Prompts besser zu machen. Und sowas sehe ich zum Beispiel, ich benutze gerne für Perplexity, das basiert auch auf GPT-4, was es macht. Es sucht ihr sehr genau die Quellenangaben heraus. Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, hat da jetzt auch sehr stark rein investiert und hat gesagt, das wird so ein bisschen die Google-Search killen, die es gibt. Und dann, was ich natürlich noch viel benutze, dann auch irgendwie zu gucken und zu arbeiten, na, was gibt es für Tools überhaupt, ist der ist ein AI-4-Debt. Also es ist so ein Suchmaschinen, so ein Aggregator, wo man sehr gute Übersicht hat, was es für verschiedene KI-Tools dann am Ende des Tages auf dem Markt gibt, was mittlerweile leider auch ein bisschen unübersichtlich geworden ist, weil am Anfang damals, als ChatGP rausgekommen ist, gab es schon auch der ist ein AI-4-Debt. Und da gab es, glaube ich, so um die 500 Tools, also im November 2022. Und jetzt, ich glaube, das letzte Mal, als ich es auch gemacht habe, ist es auch über 11.000 verschiedene Tools hochgewachsen, die es gibt im Markt, um Sachen zu finden. Und viele davon sind natürlich noch sehr in so einer Beta-Version, das ist irgendwie so noch nicht ausgeleitet und ein paar sind wirklich schon etabliert. Und dann ist dann natürlich die Herausforderung zu finden, okay, was sind erstens die Prozesse und was sind dann auch die Tools, die ich machen möchte. Und das ist wirklich was, wo ich dann zum Beispiel sage, hey, wenn ihr das umsetzen wollt, ist, macht das nicht ein unbedingt Management-Thema. Überlegt euch nicht von oben nach unten, wie ihr das auf die Leute umsetzen könnt, sondern das kann auch eine sehr spannende Aufgabe sein. Das machen wir auch immer im Rahmen von meinen Workshops, die ich hier, wo wir uns dann wirklich mit den Leuten, die nah an den Problemen sind, hinsetzen, die Prozesse analysieren und überlegen, was sind die richtigen Tools und dann zusammen gucken, okay, welche Tools machen Sinn, welche wollen wir ausprobieren und wo gehen wir dann rein und in Konversationen mit den Startups, mit den Unternehmen, um da mal irgendwie die zu testen und zu gucken, ist das wirklich was Sinn macht. Bevor ich nämlich sage, ich baue was selbst und gebe dann 100.000 Euro aus, dann hole ich mir doch lieber eine Test-Subscription für was, was mich vielleicht im ersten Monat 100 Euro kostet und dann merke ich, ist das was, was für mich passt und so gut genug funktioniert, bevor ich irgendwie 100.000 Euro ausgebe, um Sachen selbst zu entwickeln, wo ich nicht mehr weiß, ob die passen oder nicht. Das klingt nach einem sehr smarten Business-Move. Erstmal 100 Euro ausgeben und gucken und dann maybe 100.000 investieren. Ich habe auch noch was nachzuschieben zum Thema Tools. Newsletter, den ich ganz gut finde, Wild Tools Newsletter. Die stellen irgendwie, den kannst du einstellen, täglich, wöchentlich und so weiter und die stellen dir immer so ein Tool nach dem anderen vor. Das ist so häppchenweise. Das ist, wenn du jetzt nicht ganz gezielt sagst, wie der Tristan gesagt hat, so schau dir mal die Prozesse an, wo gibt es denn bei dir Potenzial für KI und du gehst gezielt auf die Suche, sondern wenn du sagst, vielleicht ist hier mal so das ein oder andere Tool dabei, das ganz witzig ist, die stellen dir das immer vor, so in fünf, sechs Sätzen und dann kannst du da dich anmelden und dir das ganze Thema anschauen. Also Wild Tools Newsletter, wir verlinken euch natürlich all das Gesagte wie immer in den Shownotes. Und ihr merkt schon, ich werde so ein bisschen ruhiger in der Stimme, der Tristan ist ja schon zum zweiten Mal im Podcast, der weiß, dass ihm jetzt gleich die letzten Worte dieses Podcasts gehören. Aber bevor der Tristan dran ist, möchte ich dir noch sagen, naja, pass auf, der Tristan, hast du gerade gehört, war schon mal da. Der Tristan hat gerade sehr kloges Zeug gesagt. Das hatte beim letzten Mal auch. Und falls du dir das anhören möchtest, wir sind auf allen gängigen Podcastportalen und natürlich auf YouTube verfügbar. Hat dir die Episode gefallen, freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und ja, jetzt, lieber Tristan, die letzten Worte dieses Podcasts gehören dir. Ja, einfach vielleicht nochmal direkt die Leute anzusprechen, die sich jetzt überlegen, wie man KI-Unternehmen einsetzen kann. Ich denke immer, am Ende des Tages ist es gar nicht so wichtig, ob es jetzt KI oder Magie oder Feenstaub ist. Worum es wirklich ankommt, ist der Mehrwert, den du mit diesen Tools für dein Unternehmen schaffen kannst. Und da lohnt es sich wirklich auch, so ein bisschen strukturiert, strategisch vorzugehen. vielleicht am Anfang erstmal kleinere Schritte zu gehen und zu merken, um für sich selbst zu lernen, was funktioniert, wo müssen wir noch dran arbeiten, damit wir die großen Tools einsetzen können. Und da kann es sich dann auch echt lohnen, mal mit Externen zusammenzuarbeiten, die einem helfen und ein bisschen coachen, die richtigen Wege gehen, auch diese wirklich transformatielle Journey, die KI einem Unternehmen bietet. Und ja, freue mich natürlich von vielen zu hören und freue mich, wenn es euch Spaß gemacht hat freut mich zuzuleiten, sagt Tristan Post im 121-Stunden-Talk.